Mein Name ist Thomas Witt und ich möchte heute mit ein paar Mythen aufräumen, die über meine Firma Thomas Witt Consulting im Möbelmarkt grassieren. Mythos Nummer eins ist, es kostet ein Vermögen, mit uns zusammenzuarbeiten. Das ist nicht wahr. Natürlich, unser größter Kunde hat uns mehr als eine Viertelmillion Euro bezahlt. Dafür hat er aber mehr als drei Millionen mehr Marge gemacht durch die erhöhte Abschöpfung, die er jetzt hat. Das heißt, er hat seine Investition mehr als verzehnfacht. Am unteren Rand des Spektrums haben wir den Club der Durchsetzer. Da werden kleine Möbelhändler in einer Gruppe über zwölf Monate dahin gecoacht, selber ein perfekter Verkaufssteuerer zu werden und selber der Trainer ihrer Verkäufer zu werden. Und was die Leute im Club der Durchsetzer kriegen, die Ergebnisse sind nicht weniger spektakulär, als sie die große Firma für eine Viertelmillion bekommen hat. Denn im Club der Durchsetzer lernen sie selbstständig ihre Verkaufsprozesse so umzustellen, dass sie zehn bis zwanzig Prozent mehr Umsatz mit gleicher Frequenz machen. Wie viel würde es bei Ihnen kosten? Am besten kriegen Sie das raus durch eine Verkaufspotenzialanalyse. Kontaktieren Sie mich. Die Verkaufspotenzialanalyse ist ein eineinhalbstündiges Strategiegespräch. Und danach wissen Sie ganz genau, wie die Lösung für Ihr Haus aussehen würde. Sie können die danach alleine umsetzen oder mit uns. Da sind Sie völlig frei. Also wie viel kostet es mit uns zusammenzuarbeiten? Zunächst mal gar nichts, denn die Verkaufspotenzialanalyse ist umsonst. Rufen Sie einfach an oder schreiben Sie mir eine E-Mail. von der Willen